Ein neues Wochenende mit Stranded Alien Dawn. Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Freue mich auf das, was auch immer kommen möge und es wird gut, hoffentlich. Sehr hoffentlich. Was, Höhlenbewohner? Essensvielfalt Minus? Was heißt denn Höhlenbewohner? Ach, weil wahrscheinlich ein Teppich, ein Holzpaket oder ein anderer Boden haben wir den noch. Aha. Ein Teppich. Ähm, wie kann ich das machen? Also wir können ja hier erstmal eine Dartscheibe entwickeln, vor allem. Äh, reinsetzen. Ja, können wir machen, damit wir hier für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Ein Sessel. Könnten wir auch setzen. Wie viel von diesem Kunstleder haben wir denn? So sehe ich. Naja. Elektrische Wandlampen. Ja, Elektronik ist sowieso so ein Gericht. So eine Sache. Die müssten wir mal machen. Auch Lichter müssten wir irgendwann mal machen. Haben wir denn schon Strom? Ein Stromzellengenerator. Braucht man eine Energiezelle? Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Was forschen wir denn gerade? Den Sonnenkollektor, ne? Das passt doch. Das passt doch sehr gut. Oh, warte, 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 warte. Ah, stopp. Ah, ich hab gedacht, er landet. Schade. Ich hätte ihn gerne beobachtet. So. Ähm, Gebäude. Das Böden. Lederteppich. Holzpaket liegt doch drin, oder nicht? Ne, liegt nicht drin. Na, dann machen wir hier mal ein Holzpaket rein. Und in die Schlafzimmer kommen Teppiche. Weicher Teppich. Stoff. Wie kriege ich Stoff? Stoff. Aus Stoffresten. Okay, wir produzieren mal bis keine Ahnung, 40. Bandagen brauchen wir. Kurzbögen können wir rausschmeißen. Speere können wir rausschmeißen. Heilungsbalsam können wir auch mal lassen. Okay, aus 20 Stoffresten werden Stoffer. Okay. Na, das passt doch. Dann können wir Stoffboden machen. So, hier können wir übrigens noch Steine sammeln. Genau, hier wird immer schön Eisen produziert. Bis 50. Das ist auch gut. Bequemes Bett. Plus 9. Ja, die Dinger könnten wir theoretisch schlachten. Wobei, es ist jetzt mittlerweile auch zu spät. Das haben wir ausgeschlachtet. Wo sind denn meine Leute eigentlich gerade? Wir könnten hier das Ding mal beobachten. Warum sind die eigentlich so angepisst gerade? Sozial. Minus 28. Wenig Lust, Dinge zu tun. Die sind alle richtig schlecht gelaunt. Ich weiß aber gar nicht wieso. Das erschließt sich mir irgendwie gerade noch nicht. So, wir machen auch ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Sehr gut. Zaun repariert. Da wird gebaut. Ich hoffe immer noch, dass hier so ein Vogel mal landet, damit ich den endlich zu Ende beobachten kann. Müsste aber noch bei 99% sein, ne? Na ja. Auch die großen Vögel, da haben wir glaube ich auch eine 70 oder so schon. Ja ja, okay. Wir müssen ein paar rotten. Es landet gerade leider nichts. Können wir hier eigentlich auch Insektenfleisch hinpacken? Nee. Geht nur normales Fleisch. Ich habe jetzt allerdings noch wenig Lust, hier irgendwelche Tiere zu schlachten. Ach, guck mal. Kennen beobachtet. Schön. Pretty good. Pretty good. Ja, ich sollte vielleicht erstmal den, ach okay, den Boden setzen. Entdeckung, Glutsch. Fertig, sehr gut. Das große aufgeblasene Insekt ist ein langsamer und normalerweise friedlicher Pflanzenfresser, den ich Glutsch genannt habe. Obwohl es nicht besonders gefährlich ist, sondert er es eine giftige Substanz ab, die sich auf seiner Haut ansammelt und als giftige Wolke freigesetzt wird, wenn er sich von Angst vor Angst schüttelt. Es aus seiner sicheren Entfernung zu anzugreifen, scheint die beste Option. Cool. So, Ken forscht. Sind das eigentlich verschiedene Tiere? Nee, ne? Sind die gleichen. Die sind halt immer nur unterschiedlich gefärbt. Okay. Du bist auch ein Mini-Glutsch, ne? Ja. Was bringst du an Dings? Insektenfleisch. Dings ist auch gut. So, das können wir hier übrigens mal zu Ende plündern. Ja, lande! Ah! Sonnenkollektor. Yes, baby! Und wir können's bauen. Sehr schön. Das Problem ist, ich kann leider keine Energie speichern. Ich brauch Batterien. Hier, Energiespeicherung. Das bräuchte ich. Fermentieren. Ölgewinn. Rest mir Öl. Insektenfette. Aha. Musikinstrumente. Das wäre vielleicht auch mal was. Rückbau von Raumschifftrümmern. Ich glaube, das machen wir zuerst und danach machen wir die Musikinstrumente. So, das Ding steht schon mal. Da ist noch kein Dach drauf. Wir können übrigens hier auch ernten, ne? Können wir noch was ernten? Hier, die anderen Pflanzen sind auch bald soweit. Ja, im Begriff zu verorten, alles gut. Ich brauch unbedingt Kühlschränke. Ah, hier wird Dart gespielt. Sehr gut. Alter, die Laune ist bei 0%. Warum denn? Ein bisschen Schmerz. Oh je. Linker Fuß, schmerzhafte Narbe. Scheiße. Es ist dunkel. Okay, ich muss hier unbedingt Licht reinbauen. Boah, keine Ahnung, ob einer reicht. So. Und ich würde sagen, hier draußen bauen wir auch mal... Scheiße, ich brauche ja ein Flutlicht. Aber ein Flutlicht geht nur mit Elektrizität. Heizofen, Heizofen, Kamin. Kann zum Kochen verwendet werden aus Stein. Bauen wir aber auch mal. Ah, ich muss unbedingt für Licht sorgen. Ja, da sind Leute hungrig. Alter. Schmerzhafte Narbe. Schmerzhafte Narbe, schmerzhafte Narbe. Wir hören Inspiration. 10%. Das kriege ich aber auch nicht mehr weg, ne? Oder kann man das irgendwie bearbeiten? War genervt von Lara, Höhlenbewohner. Ah, ich muss unbedingt diesen Boden setzen. So, verrottet. Im Begriff zu verrotten, alles gut. Ja, hervorragend. Endlich wird der Boden gesetzt. So, dann dürfte dieses Höhlenbewohner-Ding auch endlich weg sein. Haben wir mittlerweile Stoff? Stoff haben wir. Dann... Weicher Teppich. Und die Fackeln bauen. Ich hab so viel zu tun gerade. Oh, guck mal, es geht nach oben. Geborgen. 7... Weiß ich nicht was. Elektronik. Sehr gut. Ah, Kern ist zusammengebrochen. Scheiße. Traurig wandern. Oh, Kern. Wo wandert er denn eigentlich? Mal hin. Boah, ey. Alter, was ist denn das für eine Reihenfolge? Oh, Kamin. Mach doch erst mal den Boden fertig, Quinten. Ja, Lara steht kurz vor dem Zusammenbruch. Schnelle Rezepte. Ganz ehrlich, ich würde das hier rausmachen und wahrscheinlich hier rüber machen. So, warte mal. Getreidebrei. Glückseffekt plus 6, plus 6, plus 6. Ähm. Getreide haben wir doch auch mittlerweile. oder? So, was kriegen wir hier raus? Aubergens oder sowas? Das ist Tabak. Hier, kipp mal Mais. Okay. Gut. Dann Getreide bis, keine Ahnung, 6. Gemüsesuppe bis 6. Genau, das. Ah, Glitzer, Glitzerkappen kann ich auch dafür nehmen. Cool. und die Fläschsuppe auch. Oh, bis 6. 6, bis 6, bis 6. Dann können wir nämlich hier raus oder hier die Dinger raus setzen. Dann bleibt das einfach nur so. Lagerfeuer. Könnte man eigentlich auch abreißen, ne? Wir reißen uns mal ab. Getreidebrei, sehr gut. Ne, versorge nicht das Lagerfeuer. Dicker. Ach, Queenie. so. Ah, guck mal, wie schön glücklich die Leute jetzt sind. Außer Lara. Ähm, Finn? Okay. Finn geht auch schlafen. Okay, Finn geht nicht schlafen. Finn plündert. Na gut. Wenn er nicht schlafen möchte, wir zwingen ihn zu nichts. Äh, so. Wollen wir uns noch mal ein bisschen Holz. Wir können ja auch noch mal eine kleine Baumfarm dann selber setzen. Spät römische Dekadenz. Ich mag den Bodenbelag in diesem Raum. Higmar, wenig Lust, Dinge zu tun. Und unzureichende Essensvielfalt, die aber gleich vorbei ist. Spät römische Dekadenz. Warum denn? Also ich verstehe nicht, warum. Ich habe ja hier nur positive Sachen. Gut, er ist schläfrig, aber da, also ganz ehrlich, dafür bist du selber schuld. Also nicht dafür bist du selber schuld. Da ist er selber dran schuld. So rum. Da habe ich auch kein Mitleid. Aubergine. Sind aber auch fertig, oder nicht? Ah, nee, die müssen, achso, die müssen erst wachsen und dann kann ich sie erst irgendwann ernten. Stehe. Alter, die Dinger brauchen auch Ewigkeiten. Ah, aggressive Tiere. Okay, ähm, wo sind meine Leute? Irgendjemand fehlt. Möchte ich eigentlich schon beobachten? Ja. Ja, wie vor. Ähm, blöd. Ach, die stehen alle zusammen. Ist klar. So, herkommen. Schließen. Schließen. Ach, ich muss unbedingt Fallen setzen. Ja, das machen wir danach mal. Nee, du sollst. Ja, komm. Wir könnten auch proaktiv schon mal angreifen. Ah, ich komme ja nicht raus. Ach, scheiße. Oh, wo ist der Vogel? Nein, na, nicht angreifen. Ich hoffe, anzugreifen. Ja, ach, wir haben es geschafft. Super. So, Pencouth. Diese papageienähnliche Echse ernährt sich von Tierkadavern. In Ermangelung eines besseren Namens werde ich sie Pencoc oder Pencoth nennen. Diese Vögel scheinen in der Region recht häufig zu sein. Sie nisten auf den Bäumen und man kann sie auf der Suche nach toter Beute herumfliegen sehen. Es lohnt sich wahrscheinlich nicht, die Zeit und Mühe aufzubringen, sie zu jagen. Sie scheinen nicht sehr fleischig zu sein und fliegen weg, wenn man sich ihnen nähert, was sie zu schwierigen Zielen macht. Ja, schon festgestellt. So, wir werden mal proaktiv hier vorgehen. Ich werde Leute verletzt. Das ist Wahnsinn. Oh Gott. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Ich muss unbedingt bessere Waffen produzieren. Sehr schön. So, wir sind es noch vier. Irgendwo ist noch ein Tier. dahinten? Aha. Hä? Okay, ich sehe gerade nicht. Risiko eines Zusammenbruchs, alles gut. Wo denn? Ach, hier. Warum haut denn der Käfer den Baum kaputt? Ist der blöd? so, warte mal, wir müssen erst mal hier behandeln. Heile kennen laufend. So, wir müssen noch auf diesen einen Käfer achten übrigens. so versuchen wir am nächsten Tag mal losrennen. Quinten erreicht heilen drei. Sehr gut. Drei Leute kurz vorm Zusammenbruch. Ja, und, ja gut, der tierische Angriff. Ich weiß nicht, was da passiert. Ah, scheiße, da kommt der Käfer. Ah, Glück gehabt. So, sehr gut. Angriff überleben. Lass uns erkunden. Äh, was? Mit einem Heißluftballon, alles klar. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir brauchen aber einen Heißluftballon und den müssen wir erst erforschen. Ich bin versteckt sich. Ja, gut, okay. Und das wären wir mal, obwohl wir erforschen jetzt ja gerade erst mal die Raumschrift Dekonstruktion, finde ich auch gar nicht so schlimm. Kana erreicht Kochen drei, hervorragend. Lara, geht's körperlich nicht ganz so gut, ne? Na ja, okay, hat ein paar Bisse noch, diese quasi abklingen lassen muss. Steht hier auch wie lange? Ne, ne? Boah, ich muss unbedingt bessere Sachen herstellen. eine Armbrust. Oh ja, eine Armbrust ist natürlich deutlich besser. Stell mal bitte drei Armbrüste her. Hat kein, äh, hat Ken einen lustigen Streich gespielt. Okay, dann ist Ken wieder sauer wahrscheinlich. Naja, war genervt von Quinn. Alter, ihr seid aber auch, wartet, ihr seid aber auch anfällig. Die kommen nicht miteinander zurecht, alle, ne? Uh, guck mal hier, getrocknetes Rauchblatt. Wir können jetzt Pfeifen herstellen. Sehr geil. Kohle essen, also, Gemüse für Essen kochen. Okay, noch nicht mehr. Jetzt los. Das gibt sich. Hm. Angenehmer Spaziergang. warum ist Kana so unglücklich? Hungrig, müde, bärenstarker Hunger. Na, Kana, dann es doch bitte was. Ich kann hier aber nicht sagen, essen, ne? Na, musst du schon selber machen. Jetzt hat es ja erstmal einen Zusammenbruch. Oh Mann, ey. Da geht einiges in die Brüche gerade. Das ist sehr ungeil. So, Verteidigung, Fallen. Integrität. Ähm, ich würde gerne, ich hoffe, dass wir das machen können, einen kleinen Verteidigungswall bauen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Also, ich, wir machen jetzt einfach mal hier so einen kleinen Gang. Das war Quatsch. Das ist drei breit. Eins, zwei, drei. Ja, das ist eins zu breit, ne? Achso, es ist sogar nur zwei breit. So, dann abbrechen. Oh, kann ich die hier alle aus? Nee. Nee. What the fuck? So, hätte ich es gern. Ja, wir brauchen Steine, alles gut. Und da baue ich bitte Reihen, Fallen. Oh, ernsthaft, ich muss jetzt jeder einzeln setzen? So, wir testen es mal so. Das ist hier eigentlich nichts. Okay. Hier liegt aber noch Holz rum. Ja, müssen wir nur einsammeln. Hier liegt da bestimmt auch noch so Holz rum, ne? Können wir auch abkrabbeln. Ist eigentlich das hier fertig geplündert? Ja. So, Brennstoff könnten wir auch nochmal ange... Oh, hier liegt übrigens ein toter Vogel. Nee. Ach, der fliegt. Ich habe die Zeit angehalten. Wow. Ha ha ha. Entschuldigung. Oh, Kana ist richtig glücklich. Hör mir auf. Warum? Ach, wegen Katharsis. Alles klar. Naja. Ich bin eigentlich relativ banane, wo die Glücklichkeit herkommt. Hauptsache, sie ist da. Genau, wir bauen es erstmal so. Und wenn jetzt Angriffe kommen, dann würde ich nämlich dieses Tor schließen und dieses das hier offen lassen und dann hoffe ich, dass die KI so in Anführungsstrichen dumm ist und diesen Weg gehen möchte. Das wäre mir persönlich am allerliebsten. so, jetzt müssen wir erstmal alles aufbauen bis zum nächsten Angriff. Steine haben wir gleich wieder. Jawohl, da werden die ersten Fallen gesetzt. Die Fallen sind für uns Menschen uninteressant, ne? Weil wir wissen, wo die stehen. Ich hab echt ein ganz großes Problem, dass Quinn mehr oder weniger alles macht. Er baut und forscht. Wobei, Ken jetzt gerade mal forscht, aber Quinn ist ja der, der hier eigentlich alles macht. Wie geht denn hier eigentlich rum? Warum liegt hier Gemüsesuppe? Nimmt Essen. Ne, warte mal. Gemüsesuppe. Jetzt sehe ich noch ein Gemüsesuppe rum. Also, es macht wenig Unterschied, aber egal. Uh, er hat mal ein Raumschiff. Wo denn? Da hinten? Alter Schweder. War das das hier? Okay, ich denke mal, das wird das hier gewesen sein. Insektennest. Stachelschwanzinsekt. Das ist aber weit weg, oder? Ähm, da hinten wohnen wir. Ja, das ist ja am Arsch der Heide. Das interessiert mich gerade noch gar nicht. Alter Schwede, das ist ja... Wie groß ist denn auch die Karte? Es ist ja unfassbar, wirklich. So, warte mal, das haben wir geplündert. Ich würde gerne auch das mit dem Abbauen erforschen. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier... Hier, das können wir nochmal... Das haben wir auch schon geplündert. Das hier wäre dann das... Ne, 0 von 6, was? Ah, nee, warte mal. Am Arsch, das haben wir noch gar nicht geplündert. Dann machen wir das hier als nächstes. Sieht ein bisschen komisch aus. Genau, und bergen ist dann, wenn ich diese Raumschiff- Dekonstruktionen habe. Alles klar. Bisschen schwierig zu sehen, finde ich. Ah, Gewitter. Na gut, wir haben ja einen. Der deckt auch mehr oder weniger alles ab hier. Ja, völlig durch Nest. Soll ich die ersten Blitze einschlagen. So, jawohl, zack. Dahinten wird geplündert. Ach, wir können leider das Ganze noch nicht nutzen. Das bin ich sehr schade. Geborgen 17 Nahrungsrationen. Nee, wie heißen die? Naja, hier, Notfallrationen heißen sie, nicht Nahrungsrationen. Ach, die Wege sind sehr weit. Ich bin nur am überlegen, ob ich vielleicht hier vorne so ein kleines Lager setze nur für Essen. Wobei wir diese Hütte sowieso noch mal erweitern müssten. Ich würde vielleicht hier im hinteren Bereich oder ich, ja, wahrscheinlich im hinteren Bereich noch mal ein neues Gebäude setzen oder wir machen ein extra Haus. so quasi als Nahrungslager. Das könnten wir vielleicht hier hinsetzen. Dann können wir unsere Wohnung irgendwie hier so größer machen. Hier nach unten würde es ja auch noch gehen. Wenn wir irgendwann eine größere Wohnung bräuchten. Oder wir machen erstmal die Werkstatt jetzt fertig. Wir haben ja auch eine Möglichkeit, ne? So, warte mal, räume. Ja, wenn dann definitiv was Holz. kann man das drehen? So. Gibt's noch kleine Fenster aus Holz? Was beschädigt das Soundtor? Oh, kennen, was ist denn mit dir los? Achso, er ist zusammengebrochen. Ach, dass die Leute jetzt hier alle durchdrehen. Seid ihr denn blöd? Mann, Mann, Mann. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Sehr gut. Kannst du das morgen gleich mal wieder reparieren? Okay, macht schon Quinn. Nichts passiert, alles gut. Können wir ihm verzeihen. Genau, schlafen bitte. Unruhiger Schlaf. Weil er wahrscheinlich nicht alleine schläft, richtig? Ja, da kiek doch mal. Quinn Windu hat nur positive Sachen außer minus 9, hat also wenig lustige Dinge zu tun. Okay, und trotzdem kommt er nur auf eine Glücklichkeit von 43% gerade. Warum? 27, gut, ziehen wir einfach minus 9 gleich ab. 27, 33, 39, 46. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe es. das ist tatsächlich die Kombination aus den Sachen zusammen. Boah, was? Kacke, Alter. Holy shit. Brauchen wir eigentlich das Dach gleich mit? Ja. Wir müssen hier noch den Boden reinsetzen übrigens, wo die Leute wieder rumweinen. Klein Pflaster. Da kommt wieder mal ein Holzpacker drin. Ja, ja, ich weiß, wir haben zu wenig Materialien. Ich müsste eh noch Holzfällen gehen. So, ernten. 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 Noch nicht. Du kannst geerntet werden. Du kannst geerntet werden und auch du. Greift das Vieh uns gerade an? Nein. So, wir können auch mal Steine sammeln. Beim Stein frage ich mich übrigens auf, wie soll das später werden? Also klar, ich kann jetzt hier in der Nähe alles abbauen. Oh, 110. Sehr gut. Ähm, aber wie ist das dann ganz, also zum Schluss? wie soll ich denn hier vernünftig Beine sammeln? Das wird schwierig. so Quinn, komm, Bau fertig. Ach, ist nicht dein Ernst? Ein Fenster? Ja. So, Holzbank, bewegen. Also, hölzerne Werkbank, so rum. Das Forschungsding kommt hier hin? Was? Ja, ja. Die Schneiderbank aus Holz kommt hier hin und dann können wir das Ding abreißen und das würde ich gerne auch bewegen. das setzen wir setzen wir jetzt mal das Brockengestell hin. Jetzt mal es hier hin erst mal. So, und dann können wir das hier in der Mitte nämlich abreißen. Ich hoffe, dass der Inhalt bleibt. So, und das dritte Gebäude wäre dann das Lagerhaus. Was wir angehen müssen. 94 Prozent. Boah, ich hoffe, dass das morgen fertig wird. Obwohl, wir sind schon am nächsten Tag, oder? Ja, 4 Uhr morgens. Ähm. ich hoffe, ich hoffe, das hier in der Mitte ist, dass der Inhalt